Du hast ja auf dem Hochhaus gelandet. Ähm, echt? Nein! Ich fahr mal hier raus. Da vorne steht nämlich noch einer. Ich besorg noch schnell einen. Wo willst du denn jetzt noch einen herzlichen? Ach, hier sind noch ein paar. Waren da keine mehr oder was? Nene, da sind keine mehr. Ach so. Ihr müsst die Ausfahrt raus, dann stehen da noch ein paar. Also ein paar kaputte, aber das geht ja trotzdem. Komm schon. Lass mich fliegen. Nein. Mist, ich doofe. Das war zu hell. Ich dachte, ich wusste nicht, dass... Ach, verdammt. Das ist aber auch echt immer wieder so kleine Gags hier gibt. Das macht das Spiel schon aus irgendwie. Boah! Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich komm gleich wieder runter. Ich seh euch auf... Jetzt komm ich runter. Oh! Bitte einmal, oh Gott! Oh Gott! Ich komm gleich raus! Da hinten! Ja, der hängt in der Luft. Ja, der hängt in der Luft. Der hängt jetzt da einfach am Himmel. Warte, ich versuche das mal abzuschießen. Du hast einen neuen Stern kreiert. Kommt der wieder? Der kommt nicht mehr runter. Boah, ich muss den noch runter. Doch, jetzt komm der runter. Doch, jetzt komm der runter. Okay, holen wir uns den. Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Wer ist zuerst drin? Ich lasse das auch hin! Oh, der ist so undankbar gelandet. Da kommt sie gar nicht hin. Ja, ja. Doch! Oh! Ich hab ihn wieder befreit. Kalsch! 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 Pandoria! Zu blöd, um Tanz abzufahren! Ich dreh durch! Echt! So, noch ein bisschen weiter. Genau! Zack! Ein bisschen rupfa! Ja! Komm schon! Zack! 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 Die Straße mit dir! So, denn ich seh dich auch grad. Ah doch, ihr seid auf der Brücke gerade, oder? Ne, wir sind von der Autobahn nach rechts runtergefahren. Wer war geboren? Also aus Sicht der Brücke, wo wir vorhin standen. Warte, ich komme zu euch. Boah, ich bin ruhig, ich müsste weg. Stimmt, weil man... Wir fährten da vorne, seid ihr das? Oh, da hinten. Hier, auf der... Ja, jetzt kommst du genau auf uns zu. Ja, ja, genau. Komm mal mit. Da könnt ihr... Da ist nämlich nur auf dem Laster. Rieschiii! Da! Rieschiii, fahr wieder mit! Nein, Rieschiii, nein! So, ich fahr mal ein bisschen weiter zurück, dann kann ich mir das besser angucken, wie hoch wir fliegen. Oh, Rieschiii ist voll nett. Dankeschön! Da rechts ist der Laster, oder? Ja, genau da. Okay. Best fans forever! Ich steig mal aus, dann guck ich mir das an, wie hoch wir fliegen. Okay. Jetzt geht's los! Meine Damen und Herren! Oh, das war... das war zu... zu, äh, forscht. Bei mir seid ihr gerade in der Luft geschwebt und... Gut zu lieb! Wir sind hier... Wir sind hier, äh... Wo sind wir denn hier? Also nicht mehr auf der Autobahn. Da vorne fährt jemand, ich weiß nicht, ob du das bist. Wir Rieschiii und ich sind... So, jetzt, ihr seid... Ihr fahrt genau richtig. Ja? Ja? Rieschiii? Scheiße, hörst du uns? Fahr mal bitte zu den anderen einmal hin. Los, gut, los, gut, los, gut. Oh Gott. Oh Gott, diese Spannung. Vorne eventuell? Spannung! Ja? Ja? Hier kommt Rack. Ja! Boah! Alter! Boah, wie hoch! Der Laster kommt gleich irgendwo runter, ich seh den nicht mehr. Boah, der fliegt ja immer weiter, immer weiter. Stopp doch! Wo ist der Laster hin? Da kommt er wieder. Da kommt er auch langsam. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da! Boah! Er ist ja fast bei euch gelandet. Könnt ihr doch mal versuchen. Das klingt mit meinem Vater die ganze Zeit. Na? Hm, ja. Der hat von dem ist gar nicht. Da vorne. Warte, ich stell mich mal auf den Laster drauf. Warte mal kurz. Ich probier das mal. Boah, der hättest mich fast überfahren. Zack. Bin gespannt. Okay. Leg los! Mit den Nachrichten jetzt hat er auf einmal los. Ah, noch höher. Oh mein Gott. 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 Pandori hab ich plattgemacht. Was? Was? Ich steh hier. Wieso hast du mich denn plattgemacht? Ich steh hier total unschuldig. Hast du mir mal hinterher geschossen? Und die 250 kassiert. Ich krieg die ganze Zeit hier Nachrichten. Mann, Pandori hat mich getötet. Also sowas. Mann. Oh mein Vater hat geschrieben, kann nicht bei... Ich weiß nicht, ob die Sprachnachricht gerade anmachen soll, aber ich mach's mal. Warte mal kurz. So, wo war jetzt der LKW? Ich komm mal wieder zu euch jetzt. Ah, hier ist noch ein LKW. Oh, ich kann nichts sagen. Oh, ich kann nichts sagen. Ich frag mich grad, wieso ich hier grad... Hat... Wieso krieg ich hier grad am laufenden Bank Nachrichten? Wieso krieg ich hier grad am laufenden Bank Nachrichten? Vielleicht müssen wir nochmal dahin zurück, wo es losging. Irgendwo da in der Gegend stehen bestimmt nicht so. Ja, ich hab hier noch einen stehen. Ah, kommst du hierher einfach jetzt? Ähm. Ähm. Ja, also ähm. Wenn er kaputt... Wenn er nicht kaputt wäre, dann würde ich damit... Ach so. Ja, okay. Du kriegst dich auf der Karte, wenn ich mich da... Woii! Boah! Oh mein Gott! Ich mach grad fast so hoch wie das... Wie das... Wie das süße Gebäude. Äh. Na mal, darf ich ganz kurz... Ganz kurz nochmal... Ähm. Kriegt ihr grad auch die ganze Zeit Nachrichten? Also wirklich eine nach der anderen? Also ich hab sowieso meine Nachrichten gerade ausgeschaltet. Ich krieg hier grad eine nach der anderen. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht ist das ein Bug gerade einfach? Ja, ich denk mal auch. Rishi hat mir eine Nachricht geschickt. Was? Ah. 616 hat mir grad geschrieben. Liebe Grüße, euer Mr. Eistee. Ohhhh. Ich glaub, dass die sind auch grad alte Nachrichten, die ich krieg. Jaja, das hab ich auch manchmal. Hier, Currywurst hat mir eine Nachricht... Rishi, Entschuldigung. Bitte auch. Warte. Warte. Yeah. So, tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Das ist mit den Nachrichten. Das ist sauer. Das ist geil aus mit dem Panzer. Siehst du das Pandemon? Uh, die Alchemisten! Ich muss da hin! Der Panzer Dance! Party Art! Party Art! Party Art! Was seid ihr? Hä? Du bist aber nicht gestorben. Oh nein. Komm Rishi, wir schaffen das! Nehmt euch auch die anderen Panzer und macht das gleiche. Dann können wir hier ein Ballett aufhören. Was macht ihr denn? Panzer Ballett! Ja, Panzer Ballett! Und dann machen wir das! Du 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 dumm! Du du dumm! 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 Oh, Pandoria! Okay, gut! Ne, das war Rishi! Oh, was? Du dumm! Ich muss auch einmal fliegen! Ich muss auch einmal fliegen! Ich muss... Wer schießt? Ich nicht! Oh, das sind die Nachrichten! Ich kann die Nachrichten auch ausstellen! Ach so! Rishi haut gegen uns! Ich glaube, das hört gleich auf! Das Geräusch! Rishi verprügelt unseren Panzer ein! Rishi läuft gerade durch den Amok! Oh man! Aber wie? Aber wie? Es hört gar nicht mehr auf! Dreh mal ein bisschen! Dreh mal ein bisschen! Dreh mal ein bisschen! Du musst reiten! Ich weiß gar nicht mehr! Ich weiß gar nicht mehr! Oh! So! Ihr habt da vorne... Ihr habt gelandet! Da oben! Oh! Oh! Nein! Oh nein! Das wollte ich... Ich wollte nur... Also ich wollte... Also bitte! Also nur... Mit Drehschi ein bisschen tanzen! Ich bin gerade geflogen! Ja, aber... Ich bin mal wieder bei euch jetzt! Ich bin da oben auf dem... Ah! Ich bin jetzt hier oben auf dem Dach gelandet! Medikärkampfzeug! Was habt ihr denn gerade gemacht mit dem Panzer? Ja, mach das Ballett wieder! Aber wie geht denn das? Siehst du das? Scheiß fahren die ganze Zeit, oder was? Ja, und das oben halt nicht bewegen! Wie bescheuert das einfach aus! Man kann's so schnell machen! Ja, wenn man... Wieso... Wieso könnt ihr denn so schnell fahren? Wie geht denn das? Wuh! Das ist ja richtig gut! Bremst ja auch manchmal, oder was macht man? Ne, ich fahre nur rückwärts! Ach, du fährst rückwärts? Ja, ja! Rückwärts! So, der Panzer hat eine lockere Hüfte! Yeah! Hüftensprung vor den Wind! Warte, 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 machen wir nochmal! Bisschen mehr Platz! Okay, und jetzt? Dann einfach noch drehen! Ah, jo! Yeah! 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 Ich lasse die Hüfte schwingen! Hallo Archmisten! Hallo! Oh, oi! Oh, warte, wir sind noch ein bisschen weiter weg! Wenn wir uns jetzt richtig hinstellen, dann müsste es ja auch wirklich komplett synchron funktionieren! Ja, warte, ich... Ich weiß nicht, wie das aussieht! So in einer Reihe! So in einer Reihe! Entgegengesetzt in Richtung Dreh! Oh! Oh! Dann machen wir russisches Staatspalett! Warte, wie? Rishi, ganz ruhig, ganz ruhig! Das wollt ihr eigentlich wissen! Das war ich nicht! Ja, Rishi ist bei uns auch gerade schon ziemlich ausgerastet! Okay, los geht's! Ach, guck mal Rishi, mach mit! Ja! Bist du da vorne? Ich mach mal! Los geht's! Oh, oh! So, jetzt aber! Wird weg! Ja, jetzt! Jetzt hat jeder seinen Kreis! Juuu! Kann man dabei jetzt noch schießen? Wo ist der Vatoria? Boah, wir sind ja voll im Vier-Eck! Warte, warte, warte! Jetzt müssen wir alle noch in den Himmel schießen dabei! Warte, warte! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das ist der Panzer-Dance das ist der Panzer-Dance ja, frohs Neues, frohs für eine Musikvideo boah, vielleicht ist denn jemand so lieb und schneidet das ja, mach mal Musikvideo, das beste Musikvideo gewinnt irgendwas ja, wenn du es wollen, sonst ja, ja, der kriegt dann so eine Curry King Deal! ein Jahresvorrat ein Jahresvorrat nee, nicht Deal du musst das jetzt auch zurücknehmen, sonst... boah, aber bitte muss es einer machen, bitte irgendeiner muss so ein Lied machen so ein Lied draus machen der Tod ist super toll ihr habt alle Rechte, ihr dürft auch das Videomaterial benutzen von mir, kein Ding aber ihr dürft nicht sagen, dass ihr das gemacht habt also das ist euer Netz-Play ja, das geht natürlich nicht, dann ist der Jahresvorrat auch nicht drin weil laut meiner Nachrichten sind ganz viele auf einmal der Curry-Cos ja, ich hab auch schon wieder einige Anfragen von Curry-Cos aber wir hätten mal wir hätten mal diese Laster in so ein Dreieck hinstellen sollen und dann alles zusammen Curry, Idee, wo kriegen wir Laster hin? ja, da müssen wir jetzt wieder neu starten mann vielleicht sind wir fürs nächste Mal wenn wann mal so der hier ist der Ex-Cos, ne? ja, der ist eh kaputt ey, komm, los, weiter, alle auf den mach ihn kaputt der arme Panzer ja kein du ich bleib ich nicht aber jetzt 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 da BAM! Aber jetzt hat sie ihn umgekippt. Always look on the bright, don't lie. Ach, schön. Schön ist das. Wir sind schon seit einer halben Stunde hier in der Lobby. Sollen wir in eine offene Lobby gehen? Sollen wir in eine offene Lobby gehen? Randale, Randale! Ja, Randale! Randale-Folge? RANDALLE! Hatten wir lange nicht, tatsächlich. Also die Eichwitte wieder dabei. Warte! Die unterstützen euch nur! Natürlich! Hey, hier sind rot durchschnittliche Punkte! Cool! Ja, ja, es sind dann immer Autos oder sollen Autos sein. Wenn man dann da ran fährt, dann sind die weg. Ich glaube, das sind Ampeln. Genau. Das sind die, die sich bewegen, die so laufen können, die Ampeln. Ach, die laufen ja. Kennst du die, diese Neue? Die haben Beine. Ja, das tut. Ich mache einfach, ich gehe einfach in eine neue Sitzung und dann ich gehe einfach darauf hin, wenn die Leere kommt und dann muss ich gar nicht rein. Oh. Beide. Das könnte man hier noch so kaputt machen. Ah, das kann kein Haus. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das ist ja eigentlich schon ein schönes Gebäude. Das macht man natürlich nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich bin wieder in einer ganz leeren Sitzung. Ich lade euch mal ein. Ah, super. Dankeschön. Jemand hat auch gesagt, wir sollen uns... Jemand hat geschrieben in die Kommentare, wir sollen uns barrikadieren und gegen die Kopf kämpfen. Ja, das können wir auch mal machen. Ich mein, ist ja nicht so, dass man das sowieso jede zweite Runde macht. Aber mal gezielt, wirklich. So lange wie möglich überleben, so. Ich schieße auf den Hund. Ohne Panzer oder sowas. Jetzt sind wir leider natürlich wieder Spielverderber. Ich hoffe mal, dass wir nicht echt in so einer... Obwohl, dann sind wir endlich mal alle in eine Lobby, wenn wir alle Spielverderber sind. Vielleicht kriegen wir alle den Hut dann. Also ich bin kein Spielverderber. Ja, ich will den Hut. Wie lange ist man eigentlich Spielverderber? Weiß es nicht. Aber wenn ihr Spielverderber seid, dann könnt ihr auch nicht online spielen, ne? Ach so. Oh oh. Sehr schade. Also ich glaube, das kommt... Lechte Nachrichten. Was denn? Ne, ist schon gut. Ich dachte, meine Aufnahme läuft nicht mehr. Gute Nachrichten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie läuft doch. Oh Gott. So, wer ist ja da vorne? Da vorne ist jemand. Ja, ich muss den Bus hier clown. Ich muss den Bus hier clown. Und wo wollen wir uns verbarrikadieren? Was wäre so die beste Stelle dafür? Irgendein Hangar oder sowas, ne? Ah, ich muss nochmal hier den... Bus fahren! Bam! Wir sind natürlich in der Wohnung. Ja, Curry kannst du mal ganz kurz den Bus nehmen? Warte, sag mal kurz... Ich sag mal kurz... Du brauchst die gar nicht einladen, weil die einfach sowieso nach und nach beitreten wird. Ne, mein äh... Ach, dein Papst. Sein Papst. Sein Papst. Sein Papst. Sein Vater. Genau, wir machen jetzt eine Bustour zum Flughafen. Ne, parken den dann vor dem Hangar so als, als, als weiß ich nicht, als Barrikade und dann rasten wir aus. Aber vorher möchte ich noch Hass aufkommen. Boah, der Busfahrer! Was macht der Busfahrer? Ist der die Wert oder was? Kein hoch auf unseren Busfahrer. Treffen wir uns am Flughafen, oder was? Ja. Okay. Alles klar. Richtig denn? Wir fahren gerade im Bus. Ja, richtig. Ja, richtig. Herzlich willkommen im Plauder-Bus hier, meine Damen und Herren. Ich darf Sie heute herzlich begrüßen zur Fahrt zum International Airport. Und da kommt noch ein Bus. Hallo, Bus. Oh. Der ist aber nicht so schön wie unserer. Ne, unserer ist rot. Ich liebe Rot. Rot ist echt eine schöne Farbe. Rot ist meine Lieblingsfarbe, aber... Ich hab... Also Blau und Rot sind meine Lieblingsfarben. Blau? Die liegen aber nicht nah beieinander. Ne, eigentlich nicht. So, ach, können wir vielleicht nochmal dann den... Hä? Hier steht da beigetrieben. Wie ist er denn? Das dauert. W-W-W denn? L-T-D-Carigny. M-C. Hast du die nicht gerade eingeladen? Ja, und da steht jetzt, warte, beigetrieben. Aha. Das heißt, der müsste ja jetzt eigentlich dabei sein, ne? Ja, der ist dabei. Ah, der ist dabei. So, ich guck mal, wo er hier ist. Ich muss ihm sagen, was wir vorhaben. Ja, schon wieder. Ach, guck mal. Ja. Genau, ich wollte das mal... Ähm... Wir hatten ja letztens, äh... gesagt, dass man... Wissen wir mal... Es gibt... Polizei rufen gar nicht. Das geht wirklich. Ja, genau. Das geht. Man muss nämlich erst ins Telefonbuch gehen. Da muss man X drücken und dann kann man die Nummer wählen. Also können wir gleich, wenn wir da sind... Wir brauchen ja noch nicht mal Sterne. Dann können wir uns erstmal... Dann können wir uns erstmal alles vorbereiten. Dann können wir schön die Polizei rufen. Naja, voll hinterhältlich. Ja, so sind wir doch. Hallo, Slaymessive. Dann rufen die schön, oh, wir brauchen Hilfe. Zack. Schlag mal zu. Wie ne Maus. Eigentlich ist von euch zufällig jemand mit Rough Styles 69, äh... äh... Weiß ich nicht. Aber den Namen hab ich schon oft gelesen. Ja, der hat irgendwann mal mitgespielt und der hatte... Der hatte uns das nämlich geschrieben. Also... Ja, genau. Das hatten auch einige in die Kommentare geschrieben. Ah, da rechts, Curry? Curry? Wieso rechts? Also da rechts ist der Peter Perez. Äh... Und der Karte da rechts... Äh... Ach, da! Siehst du das? Ja. Aber da muss ich trotzdem herunter sagen. Ach, und Rough Styles war auch der. Der hatte voll das krasse Bewerbungsvideo hierher geschickt. Jaja, hab ich gesehen. Der hat mir das auch als Nachricht geschrieben. Für Slaymessive Crew. Der hat mir das bei Facebook geschrieben. Der A. Ich meine, da können wir natürlich leider nichts machen, aber das Video ist Hammer. Also haben wir auch gesehen. Ja, ja. Also wir haben es gesehen auf jeden Fall. Die denkt, äh... Wir würden das so nicht gesehen. Ne, weiß er auch. Also der... Also wir haben auch schon das mit... Ich hab... Ja, ja, ich hab den auch direkt geantwortet. Sobald er kommt... Aber er ehrt uns natürlich sehr. Das sieht man schon so ganze Bewerbungsvideos. Das ist echt Hammer gewesen. Wobei schickt jemand noch seinen Lebenslauf ein, so. Und dann hast du dir gedacht... Okay, da bleibe ich. Ne, ne, und dann... In den folgenden Sessions... In den folgenden... In den folgenden Sessions sind wir dann halt immer mitgekommen. So mit Helis und so, ne. Wir wollten halt einfach... Ja, ja. Am Anfang warst du ja... Also bevor wir uns alle über TeamSpeak und so kennengelernt haben, warst du ja immer das... Ja, das war doch am Anfang, wo keiner wusste, wie was geht und so. Ja, genau. Und jetzt sitzen wir hier nach 100 Folgen... Oder hier... Nach 100 Folgen... Und, ähm, ja. Fragen uns, was wir... Wie sind wir eigentlich hergekommen? Doch. Das tust du jetzt nicht. Doch. Toll. Ja. Toll. Warte. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Ich muss ein bisschen... Ich hab ja zum Glück so ein Lowrider-Bus. Ah, cool. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Super. Da kam mal die Hydraulik... Die Hydraulik kam da zum Einsatz. Super. Was genau macht ihr grade? Wir fahren hier grad zum Flughafen. Der ist mit dem großen Bus jetzt über die Range. Ja, irgendwer ist hier schon beim Flughafen. Ja, wir sind jetzt beim Flughafen, oder? Ja, wir sind jetzt beim Flughafen, ja. Über die Range. Ja, du musst mal zum Flughafen. Vielleicht war ich grad schon fast da, aber dann bei der... Da waren zwei Punkte weiter unten irgendwie. Da wollte ich grad hin. BAM! So, wenn ich den Hangar nehmen bin denn? Rishi schreibt, sind wir schon da? Ja? Ja? Irgendwie... Guck mal, guck mal, guck mal, ich kann's wackeln. Ui, ich bring's mit dem Bus gleich zum Kippen. Ah Gott! Ah Gott! Der Bus kippt gleich! Er ist wirklich voll der Lowrider-Bus. Das müsst ihr dir mal angucken. Äh, Rishi, falls du das jetzt siehst, äh... Natürlich seht sie das, hallo? Äh, das, Rishi. Das, ja. Ich sag jetzt auch immer, mit dem Lowrider-Bus. Hallo? Das ist motto. Das ist motto. Oh. Thank you. Okay. Ich sag jetzt einfach, bei den Hochschellen? Ja, Steph! dragon! Deswegen! Na! Bao'm? Nicht? justify. mellan Guerrider-boys Pues tradago. Dezieren. Die pauze, bei mir ist die nicht ganz ausschません. Wie geht? Bis zum nächsten Mal.